Unser Herzensanliegen ist es Bayern und Südtirol besser zu verbinden, damit wir vor allem weniger Autos auf der Autobahn haben und mehr Komfort, mehr Fahrerkomfort auf der Bahn. Deshalb die neuen Züge sind sicherlich ein weiterer Schritt in diese Richtung. Mit dem heutigen Tag bzw. am Montag für den Regelverkehr haben wir die neuen Railjets im Einsatz von der ÖBB. Das ist einfach ein Gewandsprung für die Fahrgäste. Wir können uns da jetzt davon überzeugen. Wir haben nahezu alles gedacht. Es bleibt kein Wunsch offen. Für den Verkehrsminister wäre es natürlich gut, dass man die Infrastruktur genauso schnell ausbaut. Wir haben jetzt ein tolles Wagenmaterial. Deswegen bedeutet es auch nicht, dass die Züge pünktlicher sind. Da muss man in die Infrastruktur massiv investieren. Das ist natürlich mein Appell an die deutsche Bundesregierung, hier voranzukommen. Mehr Angebot, hohe Qualität und ein attraktiver Preis, dann steigen die Menschen um auf Züge. Insbesondere auf so einer Achse wie hier zwischen München, Innsbruck, Bozen und Verona. Und deswegen mit diesen Zügen wird die Qualität noch einmal gehoben. Und das zu einem guten Preis. Also für uns ist wichtig, diese Züge zu nutzen und damit auch weniger Autos auf den Straßen zu haben. Das wäre das Ziel. Und ich freue mich, hier heute auf Bozen unterwegs zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.